heute ist es soweit darmstadt gegen hannover yes baby und zwar heute wir sind in der zweiten reihe von der tribüne wir sind ganz vorne mit dabei ich freue mich drauf ich hoffe ihr habt auch bock auf das video let's go wir fahren über stuttgart dann heilbronn und dann über mannheim und dann sind wir in darmstadt kurz vor frankfurt und der eins der schönsten stadien in deutschland die prezero arena von hoffenheim so freunde wir sind am stadion so freunde wir sind ankommen der nordtribüne ich hab's euch doch gesagt ich komme wieder und ich bin wieder da in derselben die tribüne let's go rein das hat es leider nicht gegeben kann doch nicht wahr sein schade jetzt komm hau denn rein ja komm wie nah wir dran sind wahnsinn Los! Tor! Ja, nein! Nein! Das kann es nicht sein! Bravo! Oh! Als wir das letzte Mal hier waren, war hier vorne noch eine riesen Baustelle. Da durften keine Leute rein. Mittlerweile dürfen hier außen und da auf jeden Fall Leute Karten kaufen. Die Mitte ist im Moment noch blockiert. Ich bin mal gespannt, wenn es komplett fertig ist. Es wird auf jeden Fall geil ausschauen. Wird wahrscheinlich hier die selbe Tribüne wie hier sein. Cool, auf jeden Fall. So Freunde, wir haben die erste Halbzeit hinter uns. Es steht 0 zu 0. Allerdings eine rote Karte für Hannover 96. Das heißt, Armstadt hat auf jeden Fall einen riesen Vorteil, weil sie gegen 10 Leute spielen. Und sie machen das ziemlich gut. Sie haben eigentlich Pech gehabt, dass sie nicht 1 oder 2 0 in Führung sind. Ansonsten auf jeden Fall verdient wäre die Führung. Und ja, wir sehen uns in der zweiten Halbzeit. Die geht nicht rein. Die geht da nicht rein. Bravo, bravo, bravo. Oliven! 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 Die Zuschauerzahl wird hier von der Bauverein AG gelangt sich der SV. Die Zuschauerzahl wird hier von 15.000 Euro gegründet und die Zuschauerzahl wird hier von 15.000 Euro gegründet. Ohhhh! Wollt! 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 Freunde, wundert euch nicht, dass es nach dem Stadion direkt mit dem Outro losgeht. Ihr habt es gesehen im Video, was für ein Regen. Ihr seht es auch hier nochmal. Wahrscheinlich hört ihr es auch. Das ist der Wahnsinn. Meine Jacke ist komplett nass. Meine Hose, oh je, oh je. Deswegen konnte ich keine richtigen Aufnahmen am Ende machen. Weil die ganze Zeit Wasser oder Regentropfen aufs Handy gekommen ist und ich konnte keine richtigen Aufnahmen machen. Wie auch immer, geiles Spiel. Zweite Mal Darmstadt. Zum zweiten Mal haben sie auch gewonnen. Geil. Darmstadt, ihr wisst Bescheid. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen. In Stuttgart waren wir mit Dirk. Hier hat es leider nicht funktioniert. Kein Problem. Ihr wisst Bescheid. Abonnieren nicht vergessen. Daumen hoch, ein Like da lassen, kommentieren. Im Idealfall teilt ihr das Video. Und am Ende kommen noch die Videos. Ich wünsche euch was Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.